Und jetzt zur Servitor-Station und aktivieren. Ich nehme die Energiequelle und lege sie in den Kanister. Ich nehme die Energie. Ich kann mir nicht anders helfen als so, Leute. Okay. Dich habe ich noch. Oh, komm her. Und keinen Wheels-Heads-Modus. Okay, wo ist denn der? Der hat da auf mich schießt. Komm her. Aktiviert. Na Gott sei Dank. Du, Space Marine, dann nehme ich das für mich. Oh, das geht ja schon wieder weiter. Der Ork bringt uns alle um. Nehmen Ketten. Zwingen Sie die Quelle in den Kanister. Schnell. Oh. Komm her, Quelle. Und da ist die Quelle. Erfolg freigeschaltet. Eine schwere Last. Ja, cool. Ich steig da ja bei dem Spiel voll aus, wenn diese Jungs auf mich zukommen. Immer so ein Haufen und so ein Gebrille, das muss doch nicht sein, oder? Was ist mit Silent Kill? Nix. So. Kapitel 7 hier. Sidonus, Leandros, bitte melden. Captain, der Inquisitor beharrte darauf, dass Sie nicht überlebt haben. Hab ich aber. Und ich hab seine wertvolle Energiequelle. Wir haben ein Treffen im Wohnzentrum Andres ausgemacht. Diese Tunnel werden uns letztendlich dort ausspucken. Gut, dann gehen Sie weiter Richtung Wohnzentrum. Okay, neues Einsatzziel. Flüchten Sie aus der Kanalisation. Und ich bin schon wieder allein. Okay, und wo flüchte ich da jetzt hin? Da raus natürlich. Ah. Was meint ihr? Das ist ein Geslasher und Gehämmerer. Aha. Da hinten leuchtet was. Das schauen wir uns doch gleich an. Die Boltpistole kommt nicht schlecht, aber ist ein wenig langsam, finde ich. Da, das schauen wir uns auch noch gleich an. Da ist nix für uns. Okay. Und das laufen wir auch noch gleich ab. Oh, oh. Halt die Busse! Okay. Schauen wir, ob wir nachladen müssen. Nix. Ah, da hinten ist was zum Sprengen. Und das werden wir auch gleich machen. Oder war das wieder ein Fehler? Ja, kann leicht sein. Da sind wir eigentlich voll. Auch voll. Aber wir nehmen, was wir nehmen können. Kann ja mal nicht schaden, ja. Kann ja mal nicht schaden. Wir sind da jetzt weg. Und da ist nix. Was ist denn da los? Moon? Wieso brauchen wir jetzt schon wieder Moon? Da hinten leuchtet auch was. Was ist denn das? Ah, das ist das Kettenschwert. Und das hier? Haben wir alles. Okay. Gut. Wo müssen wir jetzt da hin? Ah, da rein. Aktiviert. Ah, ich bin eher mehr da fürs Schleichen, glaube ich. Ein Schaltdämpfer wäre auch nicht schlecht gewesen, ja. Okay. Gut so. Du Springer, du Kleiner. Da ist einer. Ah, da ist ein großer. Okay. 33 Stück. Okay, wir sind voll. Können wir da vielleicht noch was mitnehmen? Moon, 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 moon. Ne. Egal. So. Wir machen das von da. Kommt gleich. Oho. Okay. Da hat auch noch was geleuchtet. Oh, weh, 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 weh. Bin nicht an das Ende sehe. Und hinter mir geht die Tür zu. Na klar. Explosion. Ja. Wie werden die, wenn sie auf uns zukommen, hierher locken? Oder? Ah. Da ist noch was zum. Ja. Okay. Zeit zu sterben, Menschens. Oh. Gut so. Aha. Du Springer. Der braucht auch fünf Schuss. Ah, ah. 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 Hi- אתה ist nochорошо. Ah! Aw counties. Ah-hah. Ah. Ah-hah. Nicolas. Ah-hah. 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 Die Kamerasteuerung ist an. In so engen Räumen ein kleines Problem. Seht ihr? Okay. Okay. Lass es sein. Alter Freund, komm. Okay. Die kommen da aus den Rohren raus. Ja, ist ja schon Faktum gewesen, gell. Da holen wir uns das Ding noch einmal. Entschuldigung. Und Timon ist wieder da. Ja, gut so. Da oben ist auch noch Mond. Und die Musik ist noch nicht zu Ende. Da haben wir auch nicht nachgeladen. Irgendwas hat sich da jetzt bewegt. Wir sind aber voll. Okay. Ja, wo ist denn der nächste Speicherbord, Leute? Hahaha. Und? Oh. Aha. Okay. Explosionen sind immer gut. Kommen auch recht spektakulär. Und wenn die jetzt von oben runter kommen, ja, na klar, hat der meine Panzerung wieder. Na. Noch einer? Ne? Ja komm, lass mich da raus aus diesen Öl. Kanäle. Eine Schächte. Okay. Und die Tür ist schon wieder zu. Ah. Das. Das. Das kann nicht alles sein. Wir müssen da rüber wieder. Tötet das Space Marine. Nochmal, schieß nochmal auf mich. Ja, okay, das ist ein Speicherpunkt, Leute. Ich glaube, wir machen hier einen kurzen Schnitt und freut euch darauf, mich beim nächsten Mal wieder sterben zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihm nicht weiter. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Bis dann. Ciao.